Hallo, ich bin Bernhard Völkl, Fuse-Produkt-Ingenieur und neben mir steht Lara-Antonio-Weiler aus dem Fendt Produkt-Marketing. Hallo, wir zeigen euch heute Fendt Connect, die Telemetrie-Lösung von Fendt. Mit Fendt Connect hast du immer den Überblick über deine Fendt-Maschinen. Fendt Connect ist nicht nur eine eigenständige Telemetrie-Lösung, sondern auch in Fendt One Offboard integriert. So werden beispielsweise die Maschinenposition, aber auch die Maschinendaten nahezu in Echtzeit übertragen. Ja genau, zum Beispiel der aktuelle Dieselfüllstand, der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch oder die Fahrgeschwindigkeit. Du hast alles auf deinem PC oder Mobil sofort verfügbar und kannst gezielt Entscheidungen treffen, um deine Maschinenverfügbarkeit zu optimieren. Auch im Nachhinein lässt sich somit exakt nachvollziehen, welche Route der Fahrer gewählt hat, welche Felder bereits bearbeitet wurden und wie hoch die Maschinenauslastung war. Und mit Geofens bekommst du eine Benachrichtigung direkt auf deine Smartwatch oder auf dein Mobiltelefon, wenn eine Maschine einen zuvor definierten Bereich befährt oder verlässt. Das kannst du auch für gewisse Zeiträume einstellen. Das heißt, wenn ungeplante Maschinenaktivitäten stattfinden, wirst du sofort informiert. Und nicht nur du, sondern auch der Vertriebspartner hat den Maschinenstatus jederzeit im Blick. Er kann somit vorausschauend auf anstehende Serviceintervalle reagieren, aber auch kosten- und zeitintensive Vor-Ort-Diagnosen entfallen. Der Support ist somit in Zusammenarbeit mit dem Werkskundendienst um bis zu 30% schneller. Die Daten werden mit dem Vertriebspartner geteilt, aber natürlich hat Datensicherheit bei Fendt höchste Priorität. Es werden alle IT-Sicherheitsstandards eingehalten und die Daten werden in einem sicheren EU-Cloud-Service gespeichert. Die Datenhoheit liegt zu 100% beim Kunden. Laura, eine Frage hätte ich jetzt noch. Wie bekomme ich Fendt Connect? Über FendtConnect.com sprich einfach deinen Vertriebspartner an. Auf Wiedersehen.